Brasilien, halbtrocken, wird trocken. Es ist der 11. November 2023 und das Satellite Image Processing Laboratory und die Federal University of Alagoas haben festgestellt, dass es im Nordosten Brasiliens Wüstengebiete gibt. Dadurch wird das Halbtrockengebiet trocken. Und diese Region grenzt an den Amazonas, in dem es Regionen gibt, in denen eine große regionale Dürre herrscht. Dies deutet darauf hin, dass sich das Gebiet in Richtung Wüstengebiete bewegt, die die Folgen des durch menschliche Zerstörung verursachten Klimawandels deutlich machen. Es könnte dazu kommen, dass Menschen aus diesen Regionen in weniger trockene Regionen abwandern und ehemals bepflanzte Gebiete nicht mehr bepflanzt werden, was der Landwirtschaft schadet. Was wir sehen, ist der zerstörerische Weg in Brasilien, der durch Brände, mangelnden Naturschutz und menschliche Gier verursacht wird und die Natur für die Profite des kapitalistischen Systems zerstört. Das ist der zerstörerische Weg in Brasilien.